Einen flaschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es gibt mir jetzt mittlerweile die zweite Roomtour. Die erste gab es ja zu den 2000 Abonnenten, glaube ich. Jetzt war so zwischendurch, weil sich inzwischen hier einiges an meinem Setup geändert hat. Und der Wert hat sich, ja, gut verdoppelt, könnte man sagen. Und wir switchen jetzt mal auf das Handy um und dann zeige ich euch mein Zimmer, beziehungsweise mein Setup ganz genau. Fangen wir wie bei der letzten Roomtour hier über die Tür an, die ist immer noch nicht erneuert worden. Rechts hatte ich jetzt aber inzwischen schon lange was geändert. Und zwar habe ich hier eine LED-Uhr hängen mit Sekundenzeigern, Zeigern in Anführungszeichen und darunter eine D-Wurm-Uhr, die mir alles Mögliche anzeigt. Auch nochmal die Uhrzeit, aber in einem anderen Modus halt. Dann das Wetter, die Temperatur, welcher Wochentag heute ist. Das Ganze habe ich dann mit Kabelbindern dort versteckt und dann halt logischerweise an Strom angeschlossen. Sonst wäre das ein bisschen komisch, wenn die keinen Strom hätten. Da oben habe ich ein paar Sachen abgedeckt, einfach nur, weil da habe ich auch noch eine Fledermaus draufgehalten. Ich wusste nicht, wo ich das ganze Zeug hin tun sollte. Einfach abgedeckt, damit man es nicht sieht. Das ist der Schrauschrank. Den mache ich nicht auf. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Deko geholt. Das hier sind die vier Paris- und Benelux-Tassen. Dahinter habe ich hier noch ein paar Autogrammkarten und ein paar Souvenirs. Hier habe ich einfach zur Deko mir eine Playstation 1 und eine Playstation 3 Super Slim geholt. Dann hier den Schrank, den muss ich eigentlich nicht nur mal zeigen. Alle Schulstoff und sonst was habe ich auch im ersten Video schon gezeigt. Hier habe ich eine Playstation 3 nochmal mit meinen Lautsprechern. Die habe ich ja inzwischen auch ersetzt. Und die Uhr, äh, die Uhr, was für Uhr, das ist eine Lampe, habe ich hier hingestellt. Und dann habe ich hier jetzt noch einen, ja, einen großen Lautsprecher von Pete Fox, glaube ich. Und dann kommen wir hier zu meiner Schlafecke. Dort habe ich jetzt ein Schlafsofa statt dem normalen Bett, weil das Bett, das hat immer gequietscht, weil die Stangen unten schon, die waren nicht so richtig angelötet oder angeschweißt oder was die da gemacht haben. Und da ist schon eins abgebrochen. Deswegen haben wir jetzt vor, ja, gestern erst Schlafsofa hier besorgt. Das kann man auch zu einem richtigen Sofa und zu einem Doppelbett da ausklappen. Aber für mich reicht das hier so. Dann habe ich hier noch Wecker. Ja, da kann ich auch am Morgen dann halt gleich Radio anmachen und ein bisschen Licht zum Aufwachen. Dann als Platzfüller den Aerosol-Kopf. Und hier oben habe ich jetzt meine Kleidungsboxen. Eine Box ist, glaube ich, sogar hier, die ganz vorne ist sogar leer. Sonst habe ich da immer die Kleidung drin. Und dann einfach dorthin Doktor Auge und noch die, äh, ja, das Zeug. Das hier nehme ich eigentlich immer, wenn ich hier zum Beispiel auf meinem großen Philips 43 Zoll Monitor was schauen will. Da lege ich mich nämlich hier unten hin. Und dann kann ich von hier unten einfach oder von hier oben meine Serien oder Filme schauen. Darüber habe ich zwei Boxen gekauft. Die sind von Mac Gray. Habe ich davor noch nie gekannt. Ich wollte halt solche Boxen haben, weil die, ich finde die sehen geil aus für so einen großen Monitor. Den kann ich auch über den PC steuern. Ist also kein Fernseher, sondern ein Monitor. Dort hinten geht auch die Kabel lang. Hier unten haben wir meine Philips Hue Bridge. Die sorgt für die LED-Beleuchtung. Und ein Netgear-Switch für das ganze Internet hier im Raum. Dann kommen wir auch zu meinem Setup. Da hat sich nämlich auch was geändert. Den 43 Zoll Monitor. Da hing nämlich ein 24 Zoll Monitor, der noch vom Setup war. Den habe ich jetzt komplett ersetzt. Und hier haben wir mein Gaming-Setup mit meinem Gaming-Stuhl. Den habe ich immer noch. Da werde ich mir wahrscheinlich auch in Zukunft erstmal noch keinen neuen holen. Aber ja, der sieht immer noch schlimm aus. Man sieht sowas schon ein bisschen. Es wird immer mehr und immer schlimmer. Hier ist auch schon inzwischen ein bisschen mehr abgegangen. Den lassen wir einfach mal weg. So, dann kommen wir hier zu meinem 3er Monitor Setup. Und mit der animierten Skyline im Hintergrund. Dieser Hintergrund sieht halt einfach nice aus. Gibt es eine App auf Steam, Wallpaper, 3D. Irgendwie sowas kostet 30 Euro oder so. Und dann kannst du dir halt so viele animierte Bildschirme oder Hintergründe halt raussuchen und reinmachen. Und ich denke mal, da habe ich ein gutes Bild bekommen. Dann, ja, das ist pro Bildschirm einer, kostet glaube ich 300. Das sind halt gecurvete 32 Zoll Monitore. Und hier oben, die habe ich mir vor kurzem erst angelegt. Das ist eine Logitech Brio. Die tut, ja, mich filmen. Darüber habe ich mir auch übrigens, das ist auch noch nicht so lange da, ein fünfteiliges Bild geholt. Das ist einfach halt zur Deko, weil die Wand sonst so leer aussah. Und das ist halt ein bisschen zur Deko. Das ist generell ein blau gehaltenes Zimmer. Und hier haben wir meinen Mischpult. Da fahre ich mein Mikrofon durch. Ihr werdet jetzt denken, warum hast du denn so ein großes Mischpult für nur ein Mikrofon? Ich habe nicht nur ein Mikrofon, gerade benutze ich nur ein Mikrofon. Ich kann hier halt die ganzen Regler, Lautstärke etc. alles einstellen. Da wird in Zukunft vielleicht mehr kommen. Das habe ich mir jetzt nicht gezielt geholt. Hier unten habe ich auch noch mein altes Mischpult. Das ist gerade nicht in Benutzung. Und ja, das hier, da kann ich hier halt zum Beispiel, das habe ich mich auch selbst nicht so mit beschäftigt. Hier habe ich zum Beispiel einen Regler, da kann ich die ganzen Kanäle umstellen. Ich bin aber auf die 1 oder 2 normalerweise, wenn ich noch ein zweites Mikro an habe. Ich habe zum Beispiel gerade noch die Phantomspannung an. Die kann ich auch ausmachen, damit mein Shure SM7B, das nämlich mein Mikrofon, hier ordentlich Power bekommt. Das ist ein Profi-Studio-Mikrofon und das wird noch mit einem Fet-Hat da bepowert, damit es 27, irgendwas 27 Gain noch dazu bekommt. Ich weiß gerade selber nicht, wie das heißt. Aber ja, das ist an einem Rode-Mikrofon an. Ich glaube, es gibt noch ein Mikrofon an von Rode und daran ist das halt montiert. Dann haben wir für meinen Kopfhörer die Bayer Dynamic DT990 Pro, genau, und jetzt die 250 Ohm Edition. Und für meine VR-Brille, die habe ich eigentlich nur hier für Deko gekauft, habe ich mir auf einem Glaskopf da. Ich fand den Glaskopf so nice, den habe ich mir dann einfach als Deko und als Halter bestellt. Klar, wenn ich jetzt hier sitze und meine Videos aufnehme und nach rechts gucke, ist natürlich die Sicht dorthin eingeschränkt. Aber wenn ich mal nicht aufnehmen sollte oder so, tue ich den einfach nach da und dann habe ich halt bessere Sicht darauf. Von daher ist das jetzt auch nicht wirklich schlimm. Hier unten haben wir für die Lautsprecher vom 43 Zoll Monitor, kann ich aus und wieder anmachen. Und hier haben wir halt Lautstärke und wie viel da gerade reinballern. Dann habe ich hier noch Radio mit Uhrzeitanzeige. Ich habe generell sehr viele. Dort habe ich nämlich noch so die Wohm-Uhr, die zeigt mir die Uhrzeit an. Hier zeigt mir normalerweise auch die Uhrzeit an, aber ich habe da gerade keinen passenden Strom für. Denn hier unten, hier ist mein Kabelmanagement, auf jeden Fall 1A. Und hier ist meine 16er Steckdose oder 12er, glaube ich. Und hier sind halt die ganzen Kabel. Sieht sehr gut aus. Und hier geht auch die LED Stripe vom Schreibtisch lang. Ich zeige es dann nochmal in Dunkel, weil jetzt zum Film ist halt mit Licht besser, sonst sieht man einfach nichts. Hier habe ich auch noch meinen Laptop. Den benutze ich eigentlich nur, wenn ich unterwegs bin oder sonst irgendwo, oder für Fortnite mal kurz einen zweiten Account brauche. Aber das kam jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig vor. Dann eine Handyhalterung. Da kann ich dann einfach hier mein Handy mal hier mal das schnell so machen. Und dann, ich hoffe, das ist jetzt wegen dem Handyformat nicht so ein bisschen schlimm. Und dann haben wir hier, falls es noch am PC angesteckt werden muss, weil ich Daten übertragen will oder sonst was. Oder zum Aufladen nutze ich es wahrscheinlich eher weniger. Weil hier habe ich unter dem Kopf noch eher geiles Kabel runtergeflogen. Geil! Macht natürlich wieder richtig Laune. Und da kann ich das dann hier eben für den Datentransfer halt nutzen. Und Aufladen tue ich es dann am Bett. Hier habe ich meine Linecast LK15 Tastatur mit den sechs Makro-Tasten. Wenn ich jetzt auf die untere klicken würde, dann würde zum Beispiel jetzt dort meine Logitech Brio angezeigt. Und was ich hier so mache. Und dann halt zum Beispiel dorthin noch ein bisschen Radio-PSR nebenbei. Und das kann ich auch dann wieder verschwinden lassen. Hier habe ich so ein bisschen Deko im Schrank. Karton von meinem SM7B. Oder von meinem Olympus. Den habe ich gar nicht gezeigt. Der ist nämlich für meine Kopfhörer, weil die 250 Ohm haben. Ein bisschen zum Verstärken. Kann ich halt Lautstärke einstellen und so. Hier unten ist mein PC. Ja und mein Monatsvorrat von Apfelschorle. Darunter ein Typ, der mich die ganze Zeit angelotzt. Und hier halt noch ein paar Deko-Sachen. Und ja, das habe ich in Kunst gemacht. Sieht wundervoll aus, ne? Irgendwo muss es hin. Dann haben wir hier noch eine blaue LED. Stand ja ursprünglich auf meinem PC. Aber habe ich jetzt hier umverfrachtet. Dann dort meine Maus. Meine GeForce GTX. Und dann hier noch so eine Leuchtbox. Radio Mix ist übrigens mein eigenes Internetradio. Verlinke ich. Könnte ich eigentlich auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Habe ich sonst glaube ich noch nie getan. Und dann noch mein Regionalsender für die Arbeit. PSR auf jeden Fall. Gebt gerne mal auf YouTube Radio PSR ein. Da werdet ihr auf jeden Fall was zum Lachen haben. Die machen echt geile Sachsen-Songs. Und vor allem schöne Musik für Radio. Okay, das wäre es dann eigentlich soweit. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal bei Dunkelheit. Und dann. Ja, also im Dunkeln sieht das auf jeden Fall auch. Schon schick aus. Dieser Aerosol-Kopf sieht so aus. Hättet ihr ja kein zweites Auge mehr. Das sieht richtig creepy in der Kamera aus. Und hier. Die LED. Muss ich hier ein bisschen nach unten machen. Weil die einfach, ja. Zu lang war. Könnt man sagen. Aber so sieht das Ganze halt eben. Im Dunkeln aus. Das fokussiert natürlich jetzt. Wunderbar. Und dann schaue ich hier halt abends meine Serien. Oder Filme. Könnt ihr mir auch übrigens auf Instagram folgen. Da poste ich ab und zu mal was in der Story. Was ich so schaue. Wenn es euch interessieren sollte. Und ansonsten wäre es das eigentlich soweit gewesen. Wenn euch die Roomtour gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung da. Und. So sieht das übrigens aus. Wenn ich hier schön im Dunkeln sitze und aufnehme. Ich habe auch gerade noch ein Video aufgenommen. Es ist Sonntagsabend. Es ist 19.45 Uhr. Ich habe noch keine zwei Videos gemacht. Für den Hauptkanal. Nur ein Video für den zweiten Kanal. Ja. Ich bin richtig gut organisiert. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns. Bei einem neuen Video. Haut rein. Und ciao. Leute. Böbel Organiser Buch Oh 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 Oh